What's poppin? Party People des großen weiten Internets. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zum zweiten Teil, also meiner Serienempfehlung. Das klingt jetzt so, als ob dieses Format nicht weitergibt, aber das ist nicht so. Aber das letzte Serienvideo ist ja wirklich vor kurzer Zeit erst online gekommen, aber ich hatte über die letzten drei Jahre so viele Serien gesammelt, dass ich euch den Rest meiner aktuellen Liste gerne noch heute in diesem Video präsentieren würde. Das hier ist gerade eine kleine Ausnahmesituation, denn eigentlich wollte ich diesen Sonntag meinen Kleiderschrank-Ausmist-Video online stellen. Da haben sehr viele von euch nachgefragt und ich habe da auch richtig Bock drauf, aber mir ist diese Woche ein bisschen was dazwischen gekommen und deswegen drehen wir jetzt ein bisschen was Einfaches, aber ich hoffe, dass wir es nächste Woche machen können. Ich freue mich sehr darauf, euch heute fünf extrem geile Serien mit Suchtpotenzial vorzustellen. Ich habe alle so unfassbar genossen. Manche davon sind kleine Geheimtipps und von anderen könnte ich mir vorstellen, dass schon einige sie gesehen haben, aber auch nicht alle. Es ist ja auch immer Bubble-abhängig. Ich muss sie trotzdem nennen, weil sie mir so viel Freude gemacht haben und der ein oder andere kennt sie vielleicht auch noch nicht. Also es ist jetzt nicht Game of Thrones auf der Liste. So ist es jetzt nicht. Also ich denke, das haben alle gesehen. Und die, die es nicht gesehen haben, haben sich auch aktiv dagegen entschieden. Ich schnack nicht lang drum rum und fang an und freue mich sehr darauf, euch das jetzt präsentieren zu können. Die erste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist die Serie The Big C. Und auf diese Serie bin ich durch den Podcast Kaulitz Hills aufmerksam geworden, denn Bill und Tom haben im Podcast von dieser Serie geschwärmt und gesagt, dass wenige sie kennen. Ich bin da neugierig geworden und habe mir die Serie angeguckt und wirklich, sie hat mich so doll abgeholt. Und ich möchte sie euch wirklich ans Herz legen. In dieser Serie geht es um die Hauptdarstellerin Katie. Und Katie hat eine Familie und bekommt am Anfang der Serie eine Krebsdiagnose. Und zwar keine kurative, also keine mit Chance auf Heilung, sondern eine palliative. Das bedeutet, es wird halt einfach nur sterbebegleitend behandelt. Oder gibt es ja manchmal, dass auch so Chemotherapien nur dafür eingesetzt werden, dass man quasi länger lebt oder länger nicht so schlimme Symptome hat. Katie fällt dann allerdings nicht in ein Loch, sondern nutzt das als Chance, sozusagen ihr Leben radikal zu verändern und durchlebt eine charakterliche 180-Grad-Wendung. Und ihre Familie ist sehr überrascht, denn sie teilt ihrer Familie nichts mit von dieser Diagnose. Ich war sehr überrascht, dass die Serie mir so, ich die so gut verdaut habe, weil ich habe sie geschaut ein Jahr, nachdem mein Vater eine palliative Krebsdiagnose bekommen hat. Und ich bin so ein bisschen unsicher an die Serie rangegangen und dachte, ich probiere es mal. Und sie hat mir so gut getan. Also dementsprechend, falls ihr betroffen seid und selbst in Trauer seid, schaut selber mal, wie ihr damit umgehen könnt. Bei mir war das so, dass ich manchmal so schwere Themen in Filmen oder Serien sogar ganz gerne sehe, wenn ich selbst betroffen bin. Also ich weiß zum Beispiel, als ich mentale Probleme hatte, habe ich ständig den Film 28 Tage mit, hier, wie heißt sie? Sandra Bullock geguckt, weil das irgendwie eine lustige Aufarbeitung von psychischen Problemen ist oder crazy oder sowas. Ich habe solche Filme super gerne geguckt, weil ich mich irgendwie weniger alleine mit dem Thema gefühlt habe. Und gleichzeitig aber diese Filme oder Serien neben der Schwere eben auch eine Leichtigkeit hatten. Und genau so ist es auch bei The Big C, empfinde ich. Genauso wie bei einer weiteren Serie, die ich gleich vorstelle. Andere Filme zum Beispiel, ich habe letztens mit meiner Mutter geguckt, beim Leben meiner Schwester. Musste ich den Raum verlassen, konnte ich nicht weitergucken, war ganz schlimm für mich, weil es einfach nur schwer und traurig war. Die nächste Serie, die ich euch vorstellen möchte, ist eine sehr bekannte Serie. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele von ihr gehört haben, aber wenige in meinem Umfeld sie geschaut haben. Und ich muss sie einfach mit auf die Liste nehmen, weil es eine mit der geilsten Serien ist, die ich im letzten Jahr geschaut habe. Und zwar handelt es sich dabei um die Serie Euphoria. Euphoria hatte einen krassen Hype auf TikTok und immer noch und bla bla bla, aber ist halt vielleicht auch bubble-abhängig. Und ich weiß, dass hier ja auch ein paar ältere Girls dabei sind, an denen das vielleicht auch vorbeigegangen ist. Also jetzt nicht, dass man, wenn man älter ist, nicht auf TikTok rumhängt. So ist das ja heutzutage nicht mehr. Aber, keine Ahnung, wenn man älter ist und vielleicht auch Kinder hat und so, dann kriegt man vielleicht auch nicht mehr jeden Hype mit. Ist das okay, dass ich das so gesagt habe? I hope so. Also, bei Euphoria geht es um Teenager, hauptsächlich Teenager-Girls. Ein paar Boys sind dabei, aber der Großteil dreht sich um Teenager-Mädchen. Es startet mit eigentlich dem krassesten, größten Hauptcharakter Rue. Gespielt von Zendaya. Wird sie so ausgesprochen? Ich glaube, ja. Rue ist offiziell clean, inoffiziell aber nicht. Sie hat sehr, sehr hart mit ihrer Gefühlswelt zu kämpfen und benebelt sich regelmäßig durch die verschiedensten Drogen-Trigger-Warnungen an dieser Stelle. Falls ihr ein Problem habt mit Drogensucht oder ein Suchtproblem allgemein, dann ist die Serie, glaube ich, nichts. Also da würde ich dem aus dem Weg gehen. Auch wenn es düster ist, also zum Beispiel Sam, meine Podcast-Kollegin und Freundin, hat gesagt, dass sie sehr, sehr wütend die ganze Zeit auf Rue war und sie das gar nicht nachvollziehen konnte. Und mich hat es sogar fast so ein bisschen, nicht verleitet, aber jetzt auch nicht abgeschreckt. Sagen wir mal so, muss ich jetzt so ehrlich sagen. Es ist so, wie früher alle wir Kinder vom Bahnhof zugelesen haben und die einen hat es angetörnt wie mich und die anderen hat es abgeschreckt. Und zwar für die eine Abschrecklektüre. Also jeder tickt da vielleicht anders bei solchen Extremen. Deswegen gebt sie euch nicht, wenn ihr Drogensuchtpotenzial habt. Rue lernt dann Jules kennen, ein Transmädchen, was neu in die Stadt gezogen ist. Und erfährt da das erste Mal nach langer Zeit mal wieder so richtig enge Intimität und Freundschaft und so. Von den beiden wird viel gezeigt. Dann geht es aber auch noch um Maddie, die sich in einer toxischen Beziehung mit Nate befindet, der aus einer Familie mit ganz speziellen Vorlieben kommt. Ich will nicht zu viel verraten. Dann haben wir auch noch Cassie, einen weiteren Charakter, die sehr viel mit Slutshaming zu kämpfen hat. Also das Thema Slutshaming wird auch aufgegriffen, wie viele weitere gesellschaftskritische Themen. Und dann geht es auch noch um Cat, wo das Thema Übergewicht und Selbstakzeptanz mit aufgenommen wird. Auf eine, finde ich, sehr coole Art und Weise, wie ihre Storyline und ihre, ja, ihre Art damit umzugehen und ihr so ein krasses Selbstbewusstsein zu kriegen. Irgendwie, ja, ich mochte irgendwie sehr, sehr doll die Storyline von Cat. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Die Serie ist sehr unterhaltsam, sie ist sehr düster und ich kann gerade nicht so richtig beurteilen, ob sie einen ummantelt, wenn es einem gerade nicht so gut geht oder runterziehen würde. Ich habe sie in einem sehr stabilen Zustand geguckt und habe sie extrem abgefeiert. Die Ästhetik, die Musik, das Drama, ich war voll drin, wirklich. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt mal rein. Die nächste Serie ist eine Serie, die in meiner Bubble sehr bekannt ist. Jetzt mal schauen, wie es bei euch ist, aber ich muss sie, wie gesagt, auch nennen, weil sie einfach geil ist, meiner Meinung nach. Aber da scheiden sich auch die Geister. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und zwar handelt es sich um die Serie Ginny und Georgia. Die zweite Staffel ist gerade auf Netflix online gegangen und wurde krass viel beworben. Deswegen habe ich das Gefühl, sie ist an wenigen Leuten vorbeigegangen. Ich fand beide Staffeln großartig, obwohl sie sehr unterschiedlich sind. Also erst mal zum Plot, falls ihr es nicht gesehen habt. Ginny und Georgia sind Mutter und Tochter. Georgia ist eine Mutter, glaube ich, um die 30 und Ginny ist ihre Tochter. Und die beiden ziehen in eine neue Stadt, da von Georgia der Ehemann gerade verstorben ist. Und sie wollen sich ein neues Leben in einer Stadt aufbauen. Dort kauft sie sich ein sehr großes Haus vom Erbe ihres verstorbenen Ehemanns. Georgia muss, glaube ich, das Kind so um die 14 oder so bekommen haben. Wenn die Rückblenden mich nicht trügen, würde ich sie da so ungefähr bei 14, 15 einordnen. Und hat sich seitdem durch ein sehr, sehr hartes Leben durchgeschlagen, um da anzukommen, wo sie jetzt ist. Ihre beiden Kinder Ginny und Austin sind es gewohnt, im Grunde genommen alle paar Monate oder Jahre die Zelte, ja, wieder, wie sagt man das, abzubrechen und in eine neue Stadt zu ziehen. Und Ginny wünscht sich jetzt endlich mal ein festes Leben in einer Stadt, wo sie Freunde finden kann und sich verwurzeln kann. Und das klappt auch sehr, sehr gut in der neuen Stadt. Und sie freundet sich mit der Nachbarin Maxim an und, ja, beginnt so ein typisches Teenager-Leben einfach. Da gibt es diesen Jungen in der Schule, der sie ganz gerne mag, aber auch den geheimnisvollen Nachbarn, Maxims Bruder von nebenan. Der, mh, was soll ich euch sagen, also wenn ich noch mal 16 wäre. Das ist ein Schnuckelchen. Mh, ein Schnuckelchen, das ist auch so ein Begriff, den sagt man so, das sagen nur Leute über 30, ne? Ist auf jeden Fall ein hotter Boy, was soll ich euch sagen und der hat auch so einen Blick drauf. Der erinnert mich ein bisschen an Leonardo DiCaprio von Titanic. Georgias Vergangenheit ist so ein bisschen mysteriös, da ist auch nicht ganz klar, was da so abgegangen ist und so dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Und bei Ginny geht das Teenage-Drama weiter und insgesamt, finde ich, ist das eine wirklich sehr, sehr gelungene amerikanische Serie, wie ich sie einfach super gerne gucke. Und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Die zweite Staffel hat einen komplett anderen, viel düstereren Vibe als die erste Staffel. Und einige Leute, die ich kenne, haben es abgebrochen, aber ich habe noch mal die erste komplett durchgeguckt und bin dann mit der zweiten eingestiegen und ich habe die dann geliebt. Ist anders, aber ich habe sie geliebt. Trigger, Warnung, Selbstverletzung. Aber lasst mich mal wissen, falls ihr beide Staffeln geguckt habt, lasst mich mal bitte wissen, was ihr von der zweiten Staffel, was ihr davon gehalten habt. Das würde mich mal interessieren. Habt ihr sie zu Ende geguckt? Habt ihr sie auch gefeiert oder fandet ihr auch, das war Müll? Kommen wir zu einer weiteren großartigen Serie. Mann, hatte ich Spaß mit den ersten zwei Staffeln, die ich wieder in die Kategorie einordnen würde. Serien, die ich in düsteren Zeiten geguckt habe, die irgendwie düster und lustig sind und mein Leben deswegen irgendwie besser gemacht haben. Vielleicht stehe ich jetzt auch einfach auf so, ich glaube, ich stehe mittlerweile auch einfach auf diese, jemand ist gestorben und das Leben geht halt weiter Serien, weil es mir selbst passiert ist. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie mir großen Spaß gemacht und zwar handelt es sich um die Serie Dad to Me. In der Hauptrolle ist Christina Applegate, die wirklich einen sehr großartigen Job macht und sie spielt Jen. Ja, und Jen hat ihren Ehemann und Vater ihres Sohnes, ihrer Kinder, ich glaube nur eines Sohnes, schon ein bisschen her, verloren bei einem Autounfall und befindet sich gerade in der frischen Trauerphase und beschließt zu einer Selbsthilfegruppe für Trauernde zu gehen, wo sie auf Judy trifft. Und Judy ist eine ganz besondere Frau, so ein ganz aufgeweckter Wirbelwind, die plappert ganz viel und Jen ist da eher genau das Gegenteil und ist so ein bisschen genervt von Judy. Aber gleichzeitig erweicht ihr Herz auch, weil Judy wie so ein kleiner, plappernder, süßer Teddybär ist. Die beiden freunden sich an. Judy hat ein ganz besonderes Geheimnis, was so aufgedeckt wird im Laufe dieser Staffel und man weiß nie so richtig, was es ist. Und ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, also die Beschreibung, die ich hier gebe, ist wirklich relativ short, weil wenn ich jetzt weiterrede, würde ich euch einfach das Großartigste dieser Serie wegnehmen. Und deswegen tue ich das nicht und sage nur, schaut sie euch an. Es ist auch wieder eine Mischung irgendwie aus düster und witzig und unterhaltsam und auch irgendwie morbide, komisch. Es hat mir unfassbar großen Spaß gemacht. Kommen wir zu einer komplett anderen Serie, die ich so krass fand. So krass, dass ich so hoffe, ihr habt noch weitere Tipps für mich. Ich suche die ganze Zeit händeringend nach Serien, die so sind wie diese Serie. Und zwar handelt es sich um die schwedische Dramedy-Serie Liebe und Anarchie. Und ich höre gar nichts von dieser Serie in meinem Umfeld. Ich habe das Gefühl, niemand in meinem Umfeld hat diese Serie geguckt und es ist wirklich eine Tragödie. Das muss man einfach gesehen haben. So eine unfassbar gute Serie. Also, in dieser Serie geht es um Sophie. Ja, Sophie ist erfolgreiche Unternehmerin, Ehefrau und Mutter und bekommt den Auftrag, einen alteingesessenen Verlag in Schweden wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und zu modernisieren und zu digitalisieren. Es ist so ein bisschen so ein Pardon zu Emily in Paris. Die kommt da hin und die wollen gar nichts verändern. Die wollen, dass das alles genauso klassisch und traditionell bleibt, wie es immer war, auch wenn es überhaupt nicht läuft. Die haben gar keinen Bock darauf, dass die jetzt kommt und da was verändert. Und es ist halt total ulkig, dieser Vibe irgendwie so. Und dann legt sie sich mit dem jungen Programmierer Max an, der irgendwo Anfang 20 ist. Sie ist, glaube ich, irgendwo irgendwie so Mitte 40, würde ich schätzen. Ist schon ein bisschen her, seit ich habe die im Winter geschaut. Aus diesem Fight zwischen den beiden wird ein kleiner Flirt. Und das bringt Sophies Kopf und Leben, stellt es ein bisschen, ja, auf den Kopf. Es stellt ihren Kopf auf den Kopf, so könnte man sagen. Und es ist unfassbar unterhaltsam, sich das anzugucken, wirklich. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Es liegt wahrscheinlich am Scandi-Vibe. Es hat mich so ein bisschen an den Flair von Weihnachten zu Hause erinnert. Eine ebenso großartige Serie, die ich, glaube ich, noch nie vorgestellt habe, aber wahrscheinlich jeder kennt. Das ist so eine Serie, die jeder kennt, habe ich das Gefühl. Aber Lieber und Anarchie habe ich noch nie gehört. Und wirklich, ihr müsst euch das angucken. Boah, ich habe mich, ich habe das mit meiner Mutter und meinem Freund geguckt. Und jeden Tag haben wir uns so sehr auf Abends gefreut, um weitere zwei Folgen zu gucken, weil es so Spaß gemacht hat. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir so viel mehr von diesen romantischen Komödien aus dem Norden. Falls es mehr davon gibt, bitte haut es in die Kommentare, weil ich suche händeringend danach. Kommen wir zu einer Serie, die vom Genre her ein bisschen rausfällt, weil ich diese Art von Serien sehr, sehr selten gucke. Aber, boah, hat die mich gekillt. Alter Schwede. Und zwar rede ich von der Psychothriller-Serie The Watcher auf Netflix. Die ist mir ganz zufällig einfach auf meine Startseite gerutscht und ich dachte, was ist denn das? Habe reingeguckt und Leute, die hat mich sowas von abgeholt. Aber alter, die hat auch wirklich einiges mit mir gemacht. Ich muss auch dazu sagen, es ist True Crime im weitesten Sinne. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Es basiert auf einer wahren Begebenheit, aber es ist wirklich nur ganz lose daran angelegt. Und sehr viele Dinge sind hinzugefügt worden. In The Watcher geht es um die Familie Branock. Vater, Mutter, Tochter, die von New York in eine kleine Stadt ziehen, weil sie dort ihr Traumhaus gefunden haben. Und Leute, wenn ich Traumhaus sage, dann meine ich Traumhaus. Das ist das größte und krasseste Haus, was ich jemals in der Serie von außen gesehen habe. Es ist wirklich so krass. Also dafür würde ich auch nach Frothalm ziehen. Das kann ich euch aber sagen. Die drei kommen da an, sind super glücklich, haben das Gefühl, jetzt beginnt ihr Traumleben. Aber nach kurzer Zeit fangen sie an zu merken, dass die Nachbarn sich sehr, sehr merkwürdig verhalten. Also sehr, sehr merkwürdige Nachbarn, die sehr, sehr merkwürdige Dinge sagen. Anfangs denkst du nur so, hm, okay, ganz schön spießige Nachbarn. Ist so ein bisschen so Karen, Alman, Annette-Style. Dann merkst du aber, okay, es ist irgendwie ein bisschen mehr Psycho. Also die verhalten sich wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Das Leben der drei geht weiter, bis irgendwann eines Tages sie einen Brief bekommen vom Watcher. Ist immer unterstrieben mit The Watcher. Es ist ein ganz, ganz gruseliger Brief, der sagt, dass von Generation zu Generation immer jemand dieses Haus beobachtet und er dieses Haus auch im Blick hat und sie beobachtet und alles sieht, was sie tun. Und der Brief ist einfach absolut creepy, der Brief. Die denken erst, es ist ein Streich, aber dann kommt der nächste Brief. Die Familie beginnt, sich immer weniger sicher zu fühlen und es kommen halt die Fragen auf, sind es die Nachbarn? Ist es dieses komische Pärchen, was nebenan wohnt? Es passieren merkwürdige Dinge in der Nachbarschaft. Wer ist es? Sie rüsten halt immer mehr Sicherheitsequipment auf und engagieren eine Sicherheitsfirma. Aber irgendwie bringt das alles nichts und es passieren immer mehr Dinge im Haus, am Haus. Und es ist wirklich super, super gruselig. Die Harmonie und das Sicherheitsgefühl dieser Familie gerät immer mehr ins Wanken, bis es zusammenbricht. Und Dean, der Familienvater, dann eine Detektivin mit an Bord holt und versucht, dieses ganze Ding aufzuklären. Das ist auch eine Serie, die ich mit meiner Mutter und Kevin am Wochenende durchgeschaut habe. Die beiden sind eingeschlafen und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich saß da, ich habe mich so gegruselt. Ich war vor allen Dingen sehr viel wütend. Ich war so viel wütend bei dieser Serie, aber sie war wirklich so gut. Und ich konnte nicht, normalerweise schalte ich immer aus bei negativen Emotionen, aber ich konnte einfach nicht abschalten, weil ich musste wissen, wie das ausgeht. Ich musste das einfach wissen. Also wenn ihr auf spannende Sachen, Psychothriller, so ein bisschen gruselig, ohne Horror, es ist kein Horror dabei, aber es ist schon, oh, Spannung, sehr viel Spannung, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich sie entdeckt habe und bin offen für weitere solcher Konzepte, wenn sie eben gut umgesetzt sind, weil in diesem ganzen gruseligen Abteil, da ist auch sehr viel Trash zu finden. So Leute, das war meine Serienempfehlung. Ich hoffe, es war was Neues für euch dabei. Ich bitte euch wieder darum, schreibt mir eure Meinungen zu den einzelnen Serien in die Kommentare und unbedingt auch eure Serienempfehlung, wenn ihr sie noch nicht unter das letzte Video gepackt habt. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr mir natürlich ein Abo dalassen. und ansonsten freue ich mich sehr darauf, euch nächste Woche hoffentlich, toi, 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 wenn alles gut geht, in meinem Kleiderschrank wiederzusehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ihr seid ganz sweet und süß. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.